Was geht ab, meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe einen sehr, sehr guten Abend bis jetzt. Ich hoffe, ihr auch. Wir geben uns jetzt hier Abziehen von Jesus und Bones und ey, wir haben uns eben schon Sensa und Juri angehört. Wir haben uns eben auch schon AK Außer Kontrolle angehört. Bedeutet, falls ihr Bock habt, meine Meinung dazu zu hören oder einfach zu sehen, wie ich mich freue, dann checkt die Videos gerne ab. Ansonsten hören wir jetzt rein bei Abziehen. Bei Abziehen denke ich nicht daran, wie ich abgezogen werde oder wie ich Leute abziehe, sondern ganz kurz Kindheitsflashbacks, Jungs. Panini-Album. WM 2006. Deutschland-Sticker eingeklebt. Ah, über den Rand geklebt, Digga. Erstmal diesen wieder abziehen und dann Michael Ballack richtig raufpacken. So war es nämlich damals. Junge, holy shit. Ja, das war das, was ich sagen wollte, Jungs. Ich freue mich sehr drauf. Abziehen. Let's go, Bro. Bam. Von Bones und Jesus würde ich mich freiwillig auch abziehen lassen. Sag ich. Bei uns einmal getroffen, random in der Stadt in Hamburg. Da waren wir gerade auf dem Musikvideodreh und bei uns ist random vorbeigelaufen. Sehr korrekt, der Mensch. Sag ich, wie es ist. Hat sich Zeit genommen auf süß, auf korrekt. Äh, sehr, sehr nett. Äh, zwei, drei Jahre her irgendwie. Äh, ja. Seid korrekt, der Dusch. Und Jesus ist schon 20 Mal auf dem Kiez irgendwie gesehen. Oh ne, mein Video wird doch wieder gestrikt, Junge. Ich seh's doch schon kommen. Ich seh's doch schon kommen. Ich seh doch schon wieder leicht bekleidete Damen. Und das gefällt YouTube. Bei denen auf dem Kanal anscheinend schon. Bei mir? Hm. Hm. Nicht so. Scheinbar. Nicht so. Boah, okay. Immer noch hungrig und high ist geil, find ich. Immer noch hungrig und high. Immer noch hungrig und high. Abzieh, abzieh. Gib die Kette mit funkelnden Stein. Wir teilen die Summe durch zwei. Immer noch hungrig und high. Von Rundkohle auf meiner Couch zu Karneval aus Eigenbau. Jedes Jahr wollt ihr mir was anhängen, aber Gasier ist kein Weihnachtsbaum. Junge, für solche Zeilen liebe ich gar so doch, Junge. Boah, ey. Ich lieb's. Ich lieb's. Ich lieb's für sowas. Eigenbau. Jedes Jahr wollt ihr mir was anhängen, aber Gasier ist kein Weihnachtsbaum. Fülle die Plättchen mit Ganja. Nicht Stress mit den Amjas. Wir machen Action am Samstag. Komm, lass uns treffen am Kranpass. Uzi's. Heute kann sein, dass ihr Blut fließt. Hm. So fies. Tussi. Bieg. Ich steig dann die Touris. Schüsses und Bones. Hauptsache laut. Fick nicht mit uns. Bau dich nicht auf. Wir wollen. Boah, geil, Junge. Ich sag's auch, wie es ist. Anlage, wenn ihr eine dicke Anlage habt, ja. Das heißt, fette Boxen, Junge. Oder Auto mit einigermaßen okayem Bass, der jetzt nicht aus 1900 100 ist. Dann wird das Ding so scheppern. Ich sag's, wie es ist. Abziehen. Abziehen. Wir haben die Wurme dabei. Hm. Du kriegst die Runde voll Blei. Immer noch rum. Ich find auch gut, zum Beispiel, gerade Erkältungswelle geht rum. Die haben Hustensaft gekauft. Das ist auch mal vorbildlich. Deswegen, Hustensaft, Nasenspray, hier und da. Wichtig, gesund werden. Vorbildlich. Was ist das für ein kranker Einstieg, Junge. Darf vielleicht nochmal ein bisschen mehr Hustensaft reinkippen, weil der Einstieg war definitiv zu krank. Wir teilen die Summe durch zwei. Immer noch hungrig und high. Kran, aber nimm der Hut. Party mit all den Gangstern. Wir jagen dich und dein Schutz. Denk hat die Glocke immer dabei. Boah. Holy shit. Boah, auch die Hutbleck-Trikots geil. Boah. Krass, Junge. Ich sag's, wie es ist. Geil, wie die Musikalität von Bones mit reinspielt hier. Boah. Holy shit. Diese Musikvideos sind so geil gemacht. Erstmal 100 verschiedene Rapper sind für eine Sekunde zu sehen. Man muss gucken, war das jetzt Odex-Hash oder nicht. Ich glaube schon, dass man da immer die ganzen Leute sehen kann. Fühl ich einfach sehr, sag ich, wie es ist. Und dann gerade dieses Schussgeräusch mit dem kleinen Popoklopfer, wie das aufeinander gedingst wurde. Schön. Digger, der Bruder hatte ja... Also ey, ganz kurz. Maxwell, Bro. Maxwell geht's sehr gut, glaube ich, gerade. Maxwell, Bruder. Alles klar? Ja, na klar. Okay, alles klar. Digga, der Typ, holy shit, der frisst mich auf, Junge. Der frisst mich ja auf von einem Happen. Der macht einmal, ich bin weg. Ich bin weg. Und meine ganze Familie hat er auch gegessen. Was ist los? Boah. Ich sag ehrlich, vom Vibe her bis jetzt mit einer der besten Songs vom Album. Einer der besten Singles jetzt irgendwie. Oder seid ehrlich, macht anders Bock. Der Vibe stimmt sehr, sehr gut. Wasser, Wasser, Wasser. Joints durchs Zweibruner, nein, kein Tabak. Teile mein Weiß an die Vibe am Savantir. Juvenier steigt am Rhein mit Panna. Tadadad. Playboys. Und dein Lächeln so süß, doch die Waffen so scharf. Yeah. Es hat Platz in den Charts und alles so einfach. Das macht es auch nach. Boah, auch eine baller Zeile, Junge. Wirklich. Sag ich, wie es ist. Abzieh, abzieh. Wir haben die Wumme dabei. Du kriegst eine Runde voll. Digga, der eine Typ hat es nicht ganz so gefühlt. Ja. Abzieh, abzieh. Wir haben die Wumme. Der Typ hier, der muss nochmal, hätte nochmal ein bisschen. Das war so, macht mal ein bisschen Wende, Jungs. Hab ich gut Wende gemacht? Ja, ja, passt so. Okay. Geil, Junge. Macht anders Bock. Sag ich. Sag ich. Free Jesus erst mal, würde ich da schreiben. Ich würde die Petition unterschreiben. Ich würde die Petition unterschreiben. Der Track macht anders Bock. Der Vibe stürmt 10 aus 10, in my opinion. Digga, das hat so Bock gemacht. Diese Musikvideos fühle ich auch einfach. Weil das einfach, das sind einfach so, das fühlt sich an wie so ein Vlog gefühlt. Wisst ihr, wie so ein Vlog so von wegen, ey komm, wir drehen ein Musikvideo. Wir sind eh gerade unterwegs auf Achse. Auf Achse, Junge. Wer ist denn auf Achse? Bin ich 100 Jahre alt. Sorry dafür, Freunde. Macht Bock. Banger Song. Für mich der, der, der beste, die beste Single bis jetzt. Ähm, ich hab ultra Bock auf das Album. Ich freue mich sehr drauf. Wir werden auf jeden Fall, wenn das Album draußen ist, ein paar Reactions auch noch auf die Singles machen, die nicht rausgekommen sind. Und ey, vielen Dank fürs Einschalten. Checkt meine anderen Reactions gerne ab und schreibt in die Kommentare, was noch rausgekommen ist, was wir uns zusammen ansehen und anhören sollen. Und dann würde ich sagen, ey, die, die Arschquote in dem Video war überraschend niedrig, was gut ist. Das heißt, mein Channel wird vielleicht nicht gestriked. Würde mich sehr freuen. Freunde, habt einen wunderbaren Tag. Bleibt so fresh und gut aussehen. Wie immer, morgen, beziehungsweise heute ist Freitag. Das heißt, ihr könnt entspanntes Wochenende starten hier, ja. Freue ich mich drauf. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer und ciao.